Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt Granny Simulator Ich denke mal an Granny und dann denke ich so, hä? Ja, also ihr wisst bescheid, Granny Simulator mit dem lieben Marc Und jetzt haben wir mal die Rollen getauscht, war jetzt mal hier Ich bin jetzt die Frau Hä? Die macht heute mal einen auf Mann Das hat man ja schon Du bist der Kleine, ja Ich bin der Kleine und sie ist jetzt die Oma Die alte Frau, oh Gott Also so wie in echt Oh man Ich habe Wir machen das zweite Level jetzt Wir wollen mal sehen, was es noch so gibt Ich drücke mal auf Ready, wa? Ja, schau mal Oben links kriegst du immer angezeigt, was deine Aufgabe ist Auf Englisch Ja, aber das Ich kann zwar schlecht Englisch Ich kann Englisch, nur ganz schlecht Aber das verstehe ich Zumindest so ein bisschen Oh Gott, ist das jetzt dunkel? Oh mein Gott, ist das dunkel Es steht da Ich habe da jetzt unten links so einen roten Text Ich hoffe, dass das jetzt nichts Schlimmes Hier steht Du hast die Stromverbindung unterbrochen Nun ist es Zeit zuzuschlagen Kill deine Großmutter Ach, okay Das steht bei mir Ich kann mich nicht erinnern, was ich zu tun habe Ich muss meine Demenzfilme nehmen Hm, okay Oh Gott, die läuft ja wirklich langsam Aber wie kann die denn schnell rennen? Ah ja, oh Gott, oh ja Krass, die verdient ja wirklich Schnellenergie Wie hast du denn gezielt? Ähm, linke Maustaste Lange Halb, ne? Ja Okay Ich habe schon mal sowas genommen Ach, ich muss eine Lampe finden Basement ist Keller, wa? Ja Ähm Hast du mich eigentlich schon gehört? Ja, ich höre dich die ganze Zeit Aber ich sehe dich nicht Ich mache nämlich viel Krach Ich habe keine Ahnung, wo der Keller ist Das ist ja genau das Blende ich aus wie eben Aber da habe ich auch keinen Keller gefunden Boah, die schleicht ja wirklich Ich würde mich gerne ein bisschen beeilen Die Geräusche machen mir Angst Hier, er wütet nämlich so ein kleiner Gnome Der trachtet mir nach dem Leben Ah, toll Gibt's keinen Teller Achso, warte mal, da steht dann Oh Gott Da, da Schnell weg Warte mal The basement The stairs to the basement In the room besides the kitchen Okay Ich weiß gerade, wie man Wo hast du denn coole Sachen gefunden Zum Werfen Oh, ich habe da was runtergefallen Na, überall Einfach Alles, was so leuchtet Ich frage mich nur Warum es bei mir auch leuchtet Aber ich kann die Dinger nicht nehmen Was denn? Was, was leuchtet? Ähm Nix Warte, aber das ist doch die Küche In the room besides the kitchen Oh, voll Ausgenut Oh 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 Stimmt doch die andere Seite, wa Ach, scheiße Ey, kraniert's einfach, ist mir egal Äh Geht Haha, bin ich ausgewischen, wa Scheinbar Was schön Oh mein Gott Gott Die stampft wie ein Elefant, ey Oh, ich habe hier so eine kleine Mini-Tür Da kann ich mich drin verstecken Nice So, Tür zu Hallo Oma, wo bist du? Ey, hier gibt's keinen Keller Die meinen doch bestimmt irgendwas anderes, oder? Muss doch bestimmt hier hochlatschen Ach, hier kann man auch die ganzen Türen in der Küche öffnen, ne? So Ach, dafür braucht man diese gelben Schlüssel Ah, jetzt verstehe ich so langsam Okay Oh nein Ähm Okay Ich bin runtergefallen Wo bist du? In die Zeitlupe Ich bin doch jetzt neben der Küche Hier gibt's keinen Ich werde dieses Spiel nicht schaffen Was ist denn das für eine Aufgabe? Du musst bei den Keller für mich finden Der ist bei der Küche Hä? Da war ich doch eben Ich bin jetzt in die Garage gelaufen Ich finde dich auch gerade neben mir Ich weiß nicht, wo du bist In der Garage, warte Ich komme mal wieder rein So, hier ist doch die Küche, oder? Da unten, wo die Schränke da sind Genau Und wo ist jetzt der Keller? Äh, da geht der Irgendwo geht der da runter Wo? Warte, ich komme mal Wo bist du denn? Ah, da, da, ja Muss ich durch die Tür? Ne, da gehst du raus Hinter dir bin ich gerade, komm mal mit Ja Gehst du mich? Ja Da war ich doch eben Irgendwo war doch hier im Keller Okay Ist der Schrank Das ist kein Keller Hier ist der Keller Ach, da ist er Du Hinterhaltiger Hinterhaltiger Das ist ein Stück Wenn ich dich kriege Das muss man mal sehen Ey, ich sah aus wie nur eine Wand hier Ich komme Ich habe Schokolade für dich Wie tritt man denn? Warte mal, wie tritt ich dich denn? Ich muss in deiner Umgebung sein Und dann? Mach mal Ach ja, dann E drücken Oh, wie so eine kleine Puppe Wie süß So Die Kinder brutal gedreht Nein, die Türen sind so verbuggt Alter, hier leuchtet alles Ich weiß Jetzt leuchtet hier viel Party Oma Ach, die Pillen Die füllen meine Energie Oh nein Hat das mit passiert? Ah Aua Er geht weg Nein Ach, du kannst deine Energie auffüllen Das ist ja gut zu wissen Das wüsste ich eben noch gar nicht Aha Mit den Pillen Jetzt bin ich auch schlauer Hier ist meine Laterne Hä? Ach, hier sind Oh Gott Eine Aufnahme von der Oma Hallo Sch, 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 sch Ehe, das sind geil Hier hinten sind die Kisten, ne? Da sind Schlösser Da sind coole Sachen drin Nein Zack Boah, ich war doch gar nicht da näher Wo sehe ich meinen Energiestand eigentlich? Siehst du meine Energiestand? Nö, ich sehe nur meinen Wie ist meiner? Weiß ich Steht da nicht bei dir unten Energie? Ich glaube, ich kann dich nicht töten Weiter Achso Ich kann nur dich töten, oder was? I need my pills Okay, jetzt muss ich wieder meine Pillen Warte mal Da hinten steht doch noch was, oder? Das habe ich auch nicht so ganz rausgekriegt Was, was, äh Was, was ist Ich suche auch gerade was, was man mal werfen könnte So, Ethic ist jetzt Dachbohnen, oder? Ja Okay Sollte Ethic Ja Ja, ich glaube schon Ähm Gott, das ist wirklich gruselig, ey Tipp, tipp, tipp Tipp, tipp, tipp So, wo bist du? Wo ist die Oma? Oma, ich habe gerade für das Ich habe ja jedenfalls die Partybeleuchtung bei mir Ich sollte ja nicht mehr zu finden sein Hab gerade gewunden Na Gott Ich sehe dich Bei dir sicherlich nicht gefällt Ich sehe dich Bist du auf? Oh nein, der Schrank Oh Was war denn das? Schwächeanfall Hast du mich getroffen? Ja Ich habe es gar nicht mitgekriegt Minus 20 HP Stopp bei dir Ja, ich habe es gar nicht mitgekriegt Aber ich sehe es an meiner Leiste Wo bist denn du? Hä? Ich bin in dieses kleine Häuschen reingegangen Ach, da hinten Das ist ja voll geil, weißt du so Da kann ich mich drin verstecken Da guckst du halt mit rein Und da sind auch Kisten Ganz viele Ah ja, danke Ich sehe es gerade Aber wo bist du jetzt? Jetzt habe ich dich verloren Irgendwie Ich weiß gerade nicht, wo du bist Nirgendwo, nirgendwo Ach so Das ist ja nice Jetzt kommt man ja in alle Räume rein Äh, was? Hier gibt es Geheimgänge, Aschner Nein, was hast du gemacht? Ich darf sie sich verteilen Ich muss meine Pfeil schlucken So Wo bist du? Du bringst mich niemals Ich habe da auch so meine Geheimdienste Oh Machst du das? Vielleicht Ich habe schon wieder was Bissens vorbereitet Nein, nein Du wirst dich noch wundern, Omi Nein, nein Ich heiße dir gleich ein bisschen ein So Was soll ich denn hier eigentlich machen? Ach so So ein Flammenwerfer Flammenwerfer Wo bist du denn, Omi? Als ob Wer? Im Moment ärgert dich das jetzt spiel Komm, Oma So Oma Ist das hier? Oma, wo bist du denn? Ich habe jetzt auch was in der Hand Ich weiß gar nicht, dass ich was tragen kann Okay Was hast du denn in der Hand? Weiß ich nicht Ich sage, ich dachte Es wird auch wieder so eine Pillen Aber So was anderes Das sollte einem nicht beim ersten Date passieren Was? Was war ich denn da? Ich finde dich nicht Dieses Dunkle, das irritiert mich Hell war besser Oma Habe ich wirklich, was das da ist? Ich höre nicht doch Was, ja Habe ich nicht angemacht jetzt eigentlich wieder? Ja Ich höre dich, aber ich kann dich nicht richtig orten Ich würde sagen, du bist hier Ich sehe dich ja auch nicht Omi Aber du warst hier Echt? Woher warst du das? Weil die Tür auf war, die ich vorher zugemacht hatte Oh scheiße, dann habe ich dich übersehen Wie kann ich Oma übersehen? Ich will doch nur spielen Jetzt kommt so diese Ich will doch nur spielen Ich tue doch nichts Gott Hilfe Ah, da ist ja Omi Oma Aber ich kann nicht werfen Ich habe irgendwas in der Hand, aber Ähm Autsch Oh, voll in meinen Kopf Aua Ich bleib einfach liegen Ich bin tot Hilfe Ich kann Ihnen welche Sachen mal aufnehmen Aber wozu? Ich fitte dir für den Hammer Geh weg Ich bin gerade bei dir Was habe ich denn da in der Hand? Hä? Was mache ich denn da? Was hast du denn in der Hand? Keine Ahnung Eine Pistole? Ich habe keine Ahnung, was das ist Ich werde es auch nicht mehr los Aua Avoll Hinterrücks Das war ein Traumenschlüssel In den Rücken Musik ist auch sehr abwechslungsreich Von monoton bis monoton Ja Schönes Glockenspiel Ja, wie man es noch nie gehört hat Und auch nie hört es Bin ich da Lass mich in Ruhe Geh weg Ich will allein sein Ich will doch einfach nur allein sein Und ich will doch nur spielen Ich habe immer noch diesen blöden Stock hier Durch meine Ah, sie haben auch einen Stock im Kopf Ja, durch halbe Ohr hier Durch den Kopf So Wo war ich jetzt schon wieder? Alter, gehst du weg Geh einfach weg Achso, ich drücken Ich drück die falsche Top Ah, jetzt habe ich den Fund Irgendwie habe ich dich aber trotzdem verletzt Hä? Ja Bin halbtot Ich drück doch Ich drück doch Nein So Oh nein, oh nein Schnell, schnell, schnell Du hast mich nicht gesehen Du hast mich nicht gesehen Wer hat dich nicht gewöhnt? Du Aber jetzt bist du eigentlich stehen geblieben In der Hoffnung, dass ich dich gleich wegkicken kann Scheiße Das ist wie innovativ Und lustig Was haben wir denn hier noch? Weiß man doch nicht, warum ich dieses Ding da anhalte Oh Pillen, aber Hm Roma Oh was, jetzt muss ich schon wieder da hinlatschen? Da war ich doch eben Oh, da liegt überall Blut Mein Blut Gut, weg zu so Alter Weißt du noch, wo ich bin? Äh Okay Nein Was ist mit dir? Oh, ab Ich bin gegen Fett geflogen Der erste Kill war Oh Gott, du hast hier die ganze Ich bin gegen durch die Tür geflogen Ich bin kaputt Ich bin schon fast dort Nein Geh nicht auf den Balkon Ich will nicht sterben Roma, komm weg vom Balkon Nein Daneben Bei mir steht Minus 4 HP Oh, okay Also mich doch ein bisschen Ah Aua Minus 3 Hast du dich wieder geheilt? Gerade so ein bisschen Im Eiltempo vor allem Ich bin so hinter dir Abo Wie viel findest du denn, ey? Ich habe immer nichts gewonnen Witzigerweise habe ich jetzt gerade nichts mehr Komm, ich schaffe es noch Ja 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 Ach, da läuft eine Zeit Das ist, wenn ich alle Aufgaben erledigt habe Ach so Jawohl Ach so, da muss man auch noch drauf achten Ja Ich habe jetzt unermüdlich immer das gemacht, was oben links stand Und dachte mir so Irgendwann muss es doch ein Ende haben Krass Das ist mega lustig Auch wenn man mit so einem Scheiß, was man machen muss Aber Wie cool Man hält irgendwas in der Hand und muss irgendwas machen Ja, vor allem als Oma Ich hatte tausend Sachen in der Hand und musste ja, wenn ich das mache Kann der bitte ja nichts machen Ich konnte ja auch nicht mehr weglegen Ah, ich glaube, dann sehen wir uns im nächsten Partei Ja Im dritten Level Ich habe sehr gespannt Das dritte ist jetzt im Halbdunkeln Ja Noch dunkler halt jetzt Gleiches Haus Ja Gleiches Haus Ganz dunkel Ganz dunkel Wir sehen einfach gar nichts mehr Ja, seid gespannt Oh schön Man weiß nicht, was da in diesem Spiel so noch kommt Jute, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss